So, wir gucken jetzt einfach mal, dass wir den Schrank, einen Schrank vorbereiten für Zeug, was wir in der Mine brauchen. Den Hammer brauche ich nicht unbedingt in der Mine. Also, wir brauchen für Schränke 16 Components und 16 davon. 16, 16. Kann ich nicht mehr mitnehmen? Achso, weil ich die scheiß Spitzhacken noch mit mir rumschleppe. Na klar. So, das. Ich packe die mal gerade hier rein. Den Kragen kann ich auch mal aussortieren. Zack. Ja, ähm. Zink war das, ne? Ach halt, doch, ja. Ich wollte ja Munition bauen, ne? Wir hatten ja gesagt, wir machen Munition. Ich kann ja parallel noch welche machen. Äh. Ach, das ist ja Low Qualities. Äh. Nicht Zink. Low Qualities. Dass mir das aber auch gerade nicht in den Kopf geht, ne? Ich bring grad alles durcheinander. Ich räume was mit meinem Inventar leer. So, wir brauchen wie gesagt zwei Steine. Wir brauchen jede Menge Bretter. Wie viele Bretter brauchen wir denn für die Schränke? Acht. Acht Bretter. Liegen hier wieder welche in der Luft? Nein. Da liegen Bretter in der Luft. Innen in der Luft. Innen in der Luft. Hier sind nochmal drei. So. Machen wir schnell. Acht. Wir haben fast alles für zwei Schränke, ne? Wir haben fast alles für zwei Schränke. Wir haben was für, um den Ofen fertig zu bauen. Ich brauche noch zwei Piekser, hatte ich gesagt. Was ist das Hardwood? Achso, das ist hier drüben. Jep, 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 jep. Das ist hier drüben, das Hardwood. Der Hardwood. Jetzt muss ich nur wissen, wo. Nope. Da waren noch Bretter drin. Äh. Shit. Hier. Split half. Da brauche ich wieder mein Messer für. Okay. Hol ich. Beziehungsweise mache ich gerade mal. Ach doch, war der richtige Schrank. So, also zwei Piekser. Äh, da. Ich muss gleich wieder was essen. So, haben wir. Weg damit. Den Hammer brauche ich, glaube ich. Na, ich weiß gerade nicht. Für den Schrank zum Bauen höchstens, ne? Nee, brauche ich nicht. Okay. Na gut, wir essen erst mal was. Wir essen erst mal was. Ich setze mich gerade auch noch hin. So, nochmal was essen. Viel, viel, viel essen. So. Jetzt muss ich überlegen, was brauchten wir noch? Wir brauchten zwei Piekser. Wir brauchten zwei Schränke. Was hatte ich noch gesagt? Hatte ich noch irgendwas gesagt? Oh, ich habe eine Idee, wie wir es unten heller bekommen. Ich habe eine Idee, wie wir es unten heller bekommen. Muss ich nur finden. Wait. Wo ist es denn? Könnte ich auch machen? Macht aber keinen Sinn. Hier. Ich glaube, bei den bei den Feuertonnen muss man ja immer Brennstoff nachlegen, ne? Wie ist das? Ja, okay. Muss man bei den Fackeln auch Brennstoff nachlegen? Wie ist denn das bei denen? Ich habe noch nie eine Fackel hier gebaut. Mal gucken, wo die sind. Hier. Basic Torch. Können wir noch Fackeln da unten reinmachen? Wir probieren mal gerade, wie Fackeln funktionieren. Ich weiß es nämlich nicht. Wenn ich Stickys finde. Ich habe, glaube ich, gar keine Stickys mehr. Ich mache mal Stickys gerade. So. Blub, 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 blub. Ich muss mal gucken, wie die Fackeln funktionieren. Hoffentlich machen die dauerhaft Licht, sodass man sie nicht nachtanken muss. Das wäre mega. Will dir nicht sagen. Will dir nicht vorsagen. Ich will das selber auch gerade rausfinden. Ich habe nämlich noch keine einzige Fackel hier im Spiel gebaut. So. Wo waren die jetzt? Da. Das wäre ja echt der Hammer, wenn das so funktionieren würde. Verdammt, man muss wirklich Fuel reinmachen. Wie baue ich die jetzt? Hä? Wie benutzt man die? Drop? Nö. Hä, wie benutzt man dieses schellste Ding? Stand Torch. Nee. Hä? Benutzt man denn jetzt diese... What the fuck? Okay. Hm. Ah. Matchbox required. Meine Güte, du hast ein Feuerzeug, du Heini. Okay. Ich habe Feuer gemacht. Bei diesen Stand Torches. Da weiß ich nicht, wie die... ...brennen. Aber wir brauchen... Öl steht da. Ich brauche ein Messer dafür. Okay, Moment. Ein Messer. Gerne. Hole ich gerne. Oh, kann man damit Zombies anzünden? Das wäre ja lustig. Das gehen würde? Hm. So. Gott, wie schnell geht denn da das Stamina runter? Und warum? Hä? Warum geht denn da das Stamina so schnell runter? Was ist denn das für ein Kack? So. Achso, brauchen wir noch Öl. Warum habe ich jetzt... Hä? Ich habe den noch nie pennen sehen, ne? Sie steht die ganze Zeit? Ja. Okay. Komische Leute. So, dann hätte zumindest das Zeug auch mal Sinn hier. Ich hoffe mal, dass es damit geht. Die Fackel macht komische, knuspernde Geräusche. So, boop, 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 boop. Irgendwie so. Weiß ich nicht. Ernsthaft? Vier Stunden nur? Wow. No fire starter found. Ich habe doch ein Ding ins... Halt, äh, hier. Warum muss ich das jetzt wieder mit Streichhölzern machen? Ist doch völliger Käse. Naja, gut von mir. Was verbraucht denn das Stamina gerade? Ich komme gar nicht mehr zur Stamina. Ja, gut. Das sieht gar nicht mehr so scheiße aus. Mit den Fackeln. Und wenn wir die unten in die Mine reinstellen, aber es bringt halt nichts, ne? Wenn ich die alle acht Stunden nachfüllen muss, kann man da richtiges Benzin reinkippen. Anstelle von diesem Billo-Öl. Das müsste doch schon länger brennen. Ernsthaft? Weil ich die Fackel in der Hand habe, habe ich kein Stamina? Wow. Okay. Ähm, hier rein. Ist jetzt natürlich die Preisfrage, ne? Äh. Wenn wir da Benzin reinkippen können, müssten sie ja länger brennen. Probiert es gerade mal noch. Ich stelle mal noch eine Fackel hier drauf. Das lag wirklich an der Fackel in der Hand, ne? Dass das Stamina runtergegangen ist. Okay. Ja gut, von mir aus. Habe ich da noch Benzin drin in dem Fenster? Jo. Mal gucken. Oh, jetzt kann ich nicht mehr rennen. Mist. Das wär's halt, wenn das jetzt dadurch länger brennt. Ist auch nur acht Stunden. Ist schon ein bisschen Billo, oder? Nö. Aber was brennt denn länger? Es gibt nichts, was länger brennt, oder? Gibt es doch nicht. Es gibt nichts, was wirklich lange Licht macht. Oder? Gibt es einfach nicht. Hm. Na, Long Duration of Time. Also das heißt für mich, dass die am längsten brennen. Okay. Yippie. So, das heißt, wir müssen halt wirklich diese Standfackeln bauen. Und die sind... Na gut, ich meine, da können wir noch ein paar bauen. Nehmen wir noch das Billo-Öl mit. Dann kommt das wenigstens mal weg. So. Hm. Halt. Die Tücher brauche ich nicht. Ich brauche die dafür. Die Tücher können wir wieder wegmachen. Hm. Ich brauche gerade die Muni weg. Ja, ich komme gerade wieder von Höckskins ins Stöckskin. Ich weiß. Ich komme gerade zu... Nichts Sinnvollem, was ich hier irgendwie mache. So. Ähm. Aber ja. Schrank wird langsam voll mit Muni. So. Ich packe die hier mal raus. Habe ich noch einen Schrank, der leer ist eventuell, den ich da hinstellen könnte? Ich gucke mal gerade. Was ist mit hier? Nein. Habe ich noch irgendwo einen leeren Schrank? Theoretisch ja. Ne. Ich packe mal die Steine gerade hier rein. Ist erstmal egal. Und dann nehme ich den hier mit. Für... Halt. Falsche Taste. Für den Rest der Munition. Scotch. Oh. Och Scotty. Geh doch mal weg. Stühnen später. Und dann mach halt. Bleib halt da drauf stehen. Mann. Blöder Heini. Wie lange brennen die noch? Nur sieben Stunden. Das ist echt nicht viel. Das ist wirklich überhaupt nicht viel. Es macht eigentlich gar keinen Sinn, die Dinger da unten reinzustellen. Das ist eigentlich nur, damit wir ein bisschen was sehen in der Höhle. Beziehungsweise in der Mine. Ey, kommst du jetzt mal da weg? Oh. Super. Super Scotty. Steht wieder im Weg rum. So. So. Dass man halt auch dieses Öl nicht zusammenschütten kann, damit man einen großen Kanister hat. Das wäre so viel einfacher. Aber gut. Und das nehmen wir alles mit. Die Munition. Bis jetzt endlich weg. Mann. Dieser Typ, ne? Schrecklicher Typ. Komm. Ja. Bester Tipp. So. Der funktioniert sehr gut. So. Die kommt da rein. Die kommt da rein. Die kommt rein. Revolver-Ammo kommt da auch rein. Wir sind eigentlich dem Ziel, dass wir einen Schrank voll mit Muni haben, sind wir schon relativ nah. Also wirklich, ne? Es fehlt nicht mehr viel. Aber das, was fehlt, ist... Ja, warte mal. Jetzt müssen wir mal gucken. Was fehlt denn da eigentlich? Äh. Hunting Rifle. M4. Und die G18. Kann ich die überhaupt alle bauen, die Munition? Ich glaube nicht, ne? Warte mal. Welche sind denn das? Hunting Rifle. M4. Eine Munition kann ich nicht machen. Das ist die. Ich glaube, die ist das, ne? Hunting Rifle. M4. Und ist das die Pistole? Warte mal. Müssen wir mal gucken. Hm, 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 hm. Ja. Okay. Doch, die können wir machen. Aber ich kann... Welche kann ich denn dann nicht machen? Die Revolver kann ich, glaube ich, nicht machen, ne? Wir machen uns mal Hunting Rifle, Muni. Beziehungsweise wir gehen sie einkaufen. So, äh, warte. Das, ne. Müssen wir mal gucken, was ich dafür für Hülsen brauche. Hunting... Das da, Rifle. Da brauchen wir die KAL 5. Ne. Die hier. 7, 6. Komm, ich kann die durcheinander. Ja. Ich kann die gar nicht machen, alle. Ich hab ja gar keine... Kein Schwarzpulver mehr. Hm. Kann ich noch mitnehmen? Ja. Okay. So, dann machen wir die Dinger. Wie geht. 64. Ja, also nicht viel. Das ist echt nicht viel. Na gut, kriegen wir ein... Ein komplettes, äh, Set sozusagen zusammen. Na ja, gut. Das ist besser als nix. Wir wollen uns nicht beschweren, ne? Achso, ich wollte ja hier Sachen noch für die Fackeln ablegen. So, äh, für die Fackeln. Das da. Die Streichhölzer und das Messer. Brauchen wir auch für die Fackeln. Hä? Können wir ja nicht rennen. Warum auch immer. Und das kann weg. In der Muni? Boah, die weicht 12 Kilo? Die ist ja richtig teuer. Ja, richtig schwer, würde ich sagen. Wow. Okay. Na gut. Die ist ja richtig schwer. So geht's wieder, komischerweise. Okay. Ich frag nicht. Ähm, warte mal. Ich mach das mal folgendermaßen. Sonst kann ich hier nicht rennen. Ich schmeiß die mal grad hier in die Kiste rein. Das ist sackenschwer, die Scheißdinger. Warum? Das sind leere Hülsen. Warum wiegen die denn 12 Kilo? 64 von den Dingern? Hä? Gar keinen Sinn. Na gut. Äh, ich beschwär mich nicht. Ist mir jetzt auch egal. So, äh, Salpeter brauchen wir auch noch, ne? So, ich hab auch noch jede Menge Salpeter. Ach, ich kann das Zink ja mitnehmen. Ich kann das Zink mitnehmen und dann können wir aus... Ja. Ja. Mach's mal das Zeug draus. Moment. Wenn ich das Zink mitnehme, dann können wir in der Mine schon, äh, die, diese Brass-Dinger draus machen. Dann hab ich ja schon was. Ich brauch nur noch das Kupfer. Oh, das sollte nicht das Problem sein. So. Oh, das Ding geht gleich kaputt. Ja, super. Muss ich wieder einen neuen machen. Wo hab ich jetzt die Steine hingetan? Hier. So. Die Mörser gehen auch unfassbar schnell kaputt. Na gut. Äh. Ach, hat er schon alle fertig gemacht. Okay, gut. Perfekt. So, okay. Wir machen nochmal Schwarzpulver. Zwölf mehr? Wow. Ach so, ich hab zu wenig Salpeter. Das ist ja mega teuer, das... Äh, Sulfur meine ich. Ich hab zu wenig Sulfur. Das ist ja auch mega teuer. Du kriegst nur aus zwei, kriegst du ein Sulfurpowler raus. Genauso wie aus dem Salpeter. Salpeter kriegt man mehr, aber trotzdem ist es trotzdem sackenteuer. Ha. Na gut. Okay. Ähm. Kann ich noch irgendwas ablegen? Ah ja. So, wir legen das... Kohle nochmal weg. Und den da lege ich wieder weg. So, Eisen. Eisen kommt weg. Kupfer nehme ich mit. Brauchen wir ja. Zink nehme ich mit. Habe ich ja gerade gesagt. Macht Sinn, wenn wir es mitnehmen. Ein hin und her heute hier, ey. Ist ja blöd, boy. So, Muni. Huch. Danke. Danke, Browser. Geh mal weg, du blöde Benachrichtigungen. 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 Geh mal weg, du blöde Benachrichtigungen.